TUNSCHU TV auf der Fashion Week 2014 Und den Auftakt macht die Opening-Party von der Bread and Butter, Host heute Abend, Joko Winterscheidt dazu, Musik von Giorgio Moroder, ihr wisst schon, Daft Punk Album und Cody Chestnut ist auch heute Abend hier. Manche würden sagen, es ist Arbeit, wir auch und deshalb Reins Getümmel. Ich war im Livestream, ich war im Livestream. Verrückte Sache. Joko, ich habe das Fernglas vergessen und den Trench-Count vergessen. Aber ein Geburtstagsständchen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Liebster Joko. Vielen Dank. Wünsch dir Turnschuh TV. Ach, vielen Dank, das ist ja süß. Ich habe den ganzen Tag überlegt, was du singst, ne? Man, hast du gedacht, so am Geburtstag, was singt man denn da? Du hast mich auf dem kompletten falschen Fuß, Alter. Ich muss gerade jetzt auf die... Ich muss jetzt auf die... 21 Uhr 5 muss ich auf der Bühne sein, das ist 21 Uhr 5. Ich wollte dir erst ein schönes Hologramm-Bild mit so Tankdeckel-Motiven holen und dir schenken. Aber ich habe eine Schleife mitgebracht, entweder ich oder ein Bier. Kannst du mal ein Glas Champagner haben, ich mag jetzt ein Glas Champagner. So, Wohle, auf dich, bis später. Brauche ich noch. Ich bin schon ein bisschen länger hier, weil es ist ja mein Geburtstag, ne? Wenn man hier nicht feiern kann, dann wögen wir dich jetzt auch. Wenn ich ein verantwortungsbewusster junger Mann bin und damit ihr morgen endlich die ersten Clips kriegt, die wirklich was mit Turnschuhen zu tun haben, gehe ich jetzt ins Bett, verabschiede mich, sage tschüss. Bis morgen mit TurnschuhTV von der Fashion Week 2014.